Finde Hopes Anweisungen in der Nähe von Doom Scout Yard, also die Anweisungen könnt ihr ganz einfach finden, ihr müsst einfach hier bei dieser Statue landen, unterhalb der Statue beim Durchgang findet ihr dort ein Handy, sammelt das Handy ein und schon habt ihr diese Phase der Aufgabe abgeschlossen. Benutze einen Sturmvorhersageturm, also ab der zweiten Sturmphase werden euch die Sturmvorhersagetürme auf der Karte angezeigt, setzt euch durch die Markierung hin, eliminiert jetzt hier diese drei Handlanger, einer der Handlanger lässt dann eine Sturmvorhersagetürme in die Karte fallen, die müsst ihr dann einsammeln. Solltet ihr die wöchentliche Aufgabe machen, könnt ihr hier einfach höher sein als wie die Wachen, gebt denen einfach Kopfschüsse, dann habt ihr die Aufgabe zugleich erledigt, sammelt die Sturmvorhersagekarte ein, geht dann direkt zu der Konsole hin neben den Turm, interagiert jetzt mit der Konsole und schon habt ihr diese Phase der Aufgabe abgeschlossen. Rekrutiere einen Spätspezialisten oder einen Versorgungsspezialisten, also beide NPCs zeige ich euch hier auf der Karte, ich würde euch empfehlen hier bei Centurio auf der Insel zu landen, ihr könnt aber natürlich auch zum anderen hingehen. Heuert einen der zwei Spezialisten an und schon habt ihr diese Phase der Aufgabe abgeschlossen. Platziere stark Energiedämpfer bei The Reft, also insgesamt müsst ihr drei Energiedämpfer bei The Reft platzieren, ich zeige euch in diesem Video wo sich alle drei Dämpfer befinden, also The Reft wäre genau hier, landet am besten direkt hier bei diesen Energiedämpfer, jetzt müsst ihr hier bei der Wand hochklettern, geht jetzt hier rechts hoch, rüstet euch natürlich mit einer Waffe direkt am Anfang aus, denn aktuell sind ziemlich viele Gegner hier. Also geht jetzt hier nach rechts rüber zum Hubschrauberlandeplatz, hier habt ihr den zweiten Energiedämpfer, nutzt jetzt hier die Hoch-Hinaus-Hilfe um auf dem Turm hochzukommen, springt jetzt hier nach unten. Jetzt müsst ihr hier bei der Rückseite rausgehen, und hier habt ihr den dritten und letzten Energiedämpfer. Besiege Emma Frost, Emma Frost ist der Boss den ihr hier bei The Reft findet, die Aufgabe ist selbst erklärend, ihr müsst diesen Boss eliminieren, sobald ihr den Boss dann eliminiert habt, habt ihr auch diese Phase der Aufgabe abgeschlossen. Rede mit Hope über den finalen Kampf, also für die letzte Aufgabe müsst ihr nach Sandy Steps, dort findet ihr Hope im selben Gebäude wie bereits die ganze Season, interagiert mit ihr und schon habt ihr die Storyaufgabe aus dieser Woche abgeschlossen. Chris Hinsie wissen. Achso. machinery Cabhy